Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man und dem Beagle. Ihr seht hier das Debüt des neuesten Mitglieds der Neko-Familie beim Beagle. Die habe ich nicht gekauft, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen von der liebe Cupcake-Katze. Sie konnte damit nichts mehr anfangen und hat mich gefragt, ob ich ihr ein nettes Zuhause geben kann. Jetzt feiert sie ihr Let's Play-Debüt mit uns. Sie ist eine fliederfarbene Neko. Ich habe sogar ihr Geschwisterchen hier. Erkennt man sehr gut an den Blätchen hier. Die hat sie nämlich hinten auch am Popo drauf. Die wird erstmal jetzt eine Weile stehen. Und hier ist noch ein neues Mitglied. Da. Ihr hier. Ja, auch ihm habe ich ein neues Zuhause gegeben. Aber bei ihm weiß ich noch nicht so genau, wohin damit. Trotzdem, sagt mal alle Welcome to the Family, Neko. Wenn das war, war fast ein Zitat. Ja. So, ich bin schon mal zu der... Also, falsch. Kurz zur Erklärung. Ich musste mir das Ding hier doch freischalten, weil ich doch hier alles mir geholt habe. Dann musste ich leider Gottes mir hier auch noch einen holen. Denn als ich dieses Wahrzeichen geholt habe, habe ich auf einmal die Meldung für ein Verbrechen bekommen, das genau hier in diesem, wo ist das, Hell's Kitchen stattgefunden hat. Ich konnte das aber nicht sehen auf der Karte. Also bin ich ganz fix zu dem, ähm... Der war irgendwo hier, war der, äh, von diesem hier, äh, Überwachungsturm gegangen. Hab mir den aktiviert und dann konnte ich das, hier seht, Schlägerverbrechen 1 gelöst, konnte ich das lösen. Bin dann aber direkt wieder hier rüber gegangen und hab hier alles eingesammelt. Wir wollen jetzt für Tante May zur Jubiläumsfeier. Ach, und wir sind schon auf Level 8, dadurch, dass ich alles gesammelt habe. Yeah, I know, special, special, special. Das heißt, ich habe jetzt drei Fähigkeitpunkten, das heißt, ich kann mir auch das hier holen. Das klingt cool. Ah, okay. Ich bin immer gespannt, wie gesagt, ähm, dadurch, dass ich ja jetzt die Superhelden, ich will nicht extra Marvel sagen, weil es gibt ja auch ein paar gute DC-Spiele. Ich sage da unter anderem nur die ganze Batman-Reihe, die vom Kampfsystem her gefühlt relativ ähnlich sein müsste. Ähm, dadurch, dass wir uns jetzt die Superhelden-Schneise hier aufgemacht haben und ich die gestartet habe, weil so richtig rund geht es erst wieder ab Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe. Denn Alone in the Dark kommt am Ende Oktober raus. Ähm, das werdet ihr ja definitiv hier sehen. Und, ähm, Alan Wake werde ich auch in jedem Fall spielen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich jetzt, äh, mir die Special Edition hole oder nicht. Gibt es ja leider nur digital. Sag ich gleich weiter. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche. Alles für die Party vorbereiten. Ach ja, stimmt. Tante May arbeitet, äh, hier in diesem Zentrum. Das hat sie im Film auch getan. Wo, wo die sexy Tante May war. Ich weiß nicht, wie sie hier aussehen wird. Bin gespannt. Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Muss ich, ich muss meine Tante May... Hey, meine Lieblingstante. Du hast Erdnur, die Tante. So eine Überraschung. Kann ich helfen? Äh, ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten eben... Nein, nein, nein. Ich meine, ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte, äh, ich, ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Ob sie da schon weiß, dass er Spider-Man ist? Ähm, Peter. Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, nein. Ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, nein, nein. Mir geht's gut. Wirklich. Probleme mit Frauen, hm? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Oh, ich bin nicht mit ihr zusammen. Ihr würdet so hübsche Babys befreien. Wow! Äh... Die sieht super sympathisch aus. Vor fünf Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Oh. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Yay! Ein Hoch auf Tante May! Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Ähm, danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Okay. Sprachnachricht von Yuri. Höre ich mir draußen an. Von Yuri? Ich blende mich mal noch nicht ein. Die Chance ist groß. Okay, ich darf mich doch wieder einblenden. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fisks Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Oh, unerfällig. Ich möchte keine aufsehen, erregnen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Reichtümer. Oh, ganz da hinten, wo ich... Oh, das ist mies. Ich kann aber irgendwie noch keine Nebenmission machen, fällt mir gerade auf. Ganz da hinten, das ist schon reudig. Aber wenn ich da vorbeikomme, hole ich mir zumindest die beiden Türme noch. Also weiß sie nicht, dass er Spider-Man ist? Ich meine doch, dass Tante May irgendwann darüber Bescheid weiß, dass er Spider-Man ist oder nicht? Oder ist das für je nach Comic und Universum unterschiedlich? Leute, ich kenne mich wirklich mit Spider-Man nur so in dem Voraus, dass ich alle... Peter, du warst bei der Party plötzlich weg? Ja. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben. Ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. May, ich... Ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. So eine Tante müsste man haben. Wenn ihr euch fragt, nein, ich bin nicht so ein riesengroßer... Ich habe Comics in der Form nie gelesen. Ich habe aber immer sehr gerne die Filme dazu geguckt. Ich habe auch die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire geguckt, obwohl ich die ja nicht so leiden kann als Spider-Man. Das ist halt einfach so. Da macht man nichts dran. Aber habe ich auch alle drei gesehen, wobei ich den dritten echt am schlechtesten fand. Dann kamen ja die mit Andrew Garfield und auch die ersten Batman-Filme. Und wobei, die ersten Batman-Filme ist gut. Die waren ja vorher schon da. Da ist ein Verbrechen. Leute, da ist ein Verbrechen. Wo ist das Verbrechen? Da oben. Ich komme, Verbrechen! Ich denke, die Jungs handeln... Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. Nein, das sind zwei Dicke. Römer, micklige Spinnen. Jungs, rettet die dich. Du bist erledigt. Ah. Ich versuch die gerade eigentlich nur. Dann kommen wir erstmal den hier. Ich muss unbedingt die beiden Dicke loswerden. Aua. Aua. Das hat sicher wehgetan. Tada. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal aufliegen zu lassen. Wollte ich zwar gar nicht, aber ich beschwöre mich nicht. Wer nimmt jetzt. Nein! Ah, ich hätte genau drauf landen müssen. Naja. Aber das war da am... Äh, Spidey. Spidey, Spidey. Verfügbare Einheiten, möglicher Drogendeal gemeldet. Ah, wo denn? Okay. Das werden wir jetzt leider in den neuen Gebieten haben, weil da habe ich die Verbrechen ja noch nicht bekämpft. Typisch New York. Dieser elende Drogenhandel. Versteckt die Ware. Hey Jungs. Werfen, das Spielchen. Aua. Habt ihr Rezepte für das Zeug? Schaltet ihn endlich aus. Aus für sie. Das Auto, na los. Der Körper hat sich für anders vorgestellt. Flieht ihr jetzt gerade? Ich verliere sie. Ich muss aufholen. Aua. Die fliehen. Warum fliehen die Arschlöcher? Warum passiert das? Ah. Du brauchst mal neue Stoßdämpfer. Okay. Jetzt haben die mir die Tür kaputt gemacht. Das ist wirklich dreist. Bis dann. Okay. Und jetzt, komm, komm, komm. Noch die eine Seite. Okay, okay, okay. Oh, ich hasse diese Verfolgungsjagden. Wirklich, ich hasse die. Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Wie mies. Wo bin ich denn da jetzt gelandet? Das ist ja heftig. Naja, was soll's. Hab Juri geschrieben, die Typen abzuholen. Ich wünschte, es gäbe ein Spidey-Emoji, das ich mitschicken kann. Äh. Fahre mal Twitter und Co., die haben Spidey-Emojis, gerade wenn die Filme rauskommen. Aber auch so, ich bin eher so im Filmbereich, im Serienbereich unterwegs, wenn's um Superhelden-Sachen geht. Okay. 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 Krieg ich hin. Da oben. Okay. Dann holen wir uns das doch mal. Und... Ratet mal, was ich von Schlägern halte. Ah, das ist ein dicker. Ah, das ist ein dicker. Ja. Aua, wie unfair. Ah, das ist ein zweites. Nimm das! Komm! Komm her! Na komm, gib mir die Chance, mal kurz den dicken hier... Ah! Oh, er ist weg, 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 weg. Oh, verprügelt zu werden macht keinen Spaß? Tja, dann denk mal drüber nach. Uh. Vielen Dank. Die hätten mich umgebracht. Ja, kein Thema. Jetzt hab ich direkt schon 4 von 5 Dings erfüllt. Ja, aber dann machen wir das doch hier mal kurz. Die Sehenswürdigkeiten. Wenn wir eh schon dabei sind. Ihr kennt den Beagle. Ich kann's sowieso nicht lassen. Also, ne? Gerade, wenn ich so in der Nähe bin. Aua. Hey, du bist. Hey, du bist du. Bist du es wirklich? PIKE, PIKE, PIKE! Spidy! Ich hab Fisks festnahmend im Fernsehen gesehen! Du legst durch dich! Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein! Ach, da vorne. Und jetzt da hinten noch das Verbrechen. Nein, Spider-Man! Spider-Boy, was machst du denn? Böser Unfall da unten. Sicher gibt's Verletzte. Ähm, ja. Warten Sie! Da sind Leute im Auto. Sie stecken wegen Trümmern fest. Okay. Wo denn? Oh Gott, Hilfe! Ich sitze fest! Ja, ich bin dabei. Ich kann dir nicht genug sagen. Hilft mir! Bitte! Oh, das muss ich wieder ganz getarnt hinkriegen. Oh, dieses Mal hab ich's geschafft. Hey, da kann ich sagen. Die Jungs bist du mit einem Darmüberfall. Oh, Mann. Ich muss die Autoschrotter finden, sonst werden noch mehr verletzt. Ach so. Ach so. Das wäre noch weitergegangen. Ich verliere sie! Nein, 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 das tue ich nicht. Ach, nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Ah, komm, das ist doch Kacke. Ich hoffe, ihr habt noch nicht zu viele Punkte. Der Crash war der Hammer. Ich muss das... Ja, komm. Ist okay. Ja, ja, ja. Oh, oh, das ist mehr als sonst. Oh, oh. Jetzt hab ich sie alle, ne? Ich hab sie alle, cool. Man kann immer noch die hier machen. Sehr cool. Wee. Wee. Irrer mit der Maske? Irrer mit der... Ach, halt die Schnauze, Junge. Oh, hey, Spidey-Manny. Okay. Aber wir haben zumindest alle Verbrechen hier schon mal aufgelöst. Ja, Spiderman, du hast das... Erledigt. Hab ich. Ja, hab ich. Klaro, hab ich. Pardon? Oh. Manchmal ist es nicht so einfach, hier durch die Stadt zu kommen. Hui. So. Okay, ich hab's. Cool. Auf dem Weg zur Hauptquest kann ich theoretisch noch kurz ein Wahrzeichen machen. Oder aber wir sehen uns einfach... Das sind einzelne Gebiete. Upper West Side, Central Park, Upper East Side und Harlem. Gott, New York wäre mir viel zu groß. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sammle hier dann gleich noch alle Rucksäcke ein. Da gibt's nur einen Turm. Wir holen uns aber diesen einen Turm dann in der nächsten Folge, um in Richtung Hauptquest loszugehen. Sturm auf die Burg. Nebenmission. Da hätten wir auch eine Nebenmission. Gar nicht schlecht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Oh, neue Stufe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ihr Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.